Willkommen zurück zu MyTimeAtPortia, das müsste Folge 112 sein und wir sind im dritten Tag vom dritten Monat des ersten Jahres. Deine Reittiervermietung läuft heute ab. Okay. Sollte ich vielleicht mal zuschauen, ein neues Reittier zu bekommen. Da gab es doch die Fallenkiste, die ich ja bereits gebaut habe. Ups, erstmal hier Sachen abholen, wie immer. Und im Briefkasten nachschauen, was gibt es Neues. Von McDonald's. Das ist wahrscheinlich das Reittier. Der Vermietungszeitraum für Pferd ist abgelaufen, deswegen nehme ich das Reittier wieder zurück. Vielen Dank. Und von der Forschungsabteilung haben wir, wir haben den Bauplan für fortgeschrittene Textilmaschine. So, danke. Dann gucken wir mal. Hier wird gerade gebaut. Sieht aus wie ein Stück Brücke. Stahlrahmen, Eisenholz, Bronzerohr. Sechsmal Bronzerohr. Stahlrahmen. Brauche ich vier Stück. Hier mal Stahlrahmen. Baue ich hier zufällig Stahlrahmen? Nein. Bronzerrohre werden aber gebaut. Moment, da müssen wir mal ganz kurz hier um. Wow. Oh Gott. Das ist ja mal richtig voll. Ähm. Stahl brauchen wir hier nicht. Zurückflättern. Äh, pip, 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 pip. Wo war das Fronzerrohr denn gelandet? Hier. Hm, die laufen noch. Stahlrahmen. Wo, wo habe ich die denn gefertigt? Wurden die auch hier gefertigt? Nein. Dann wahrscheinlich hier. Auch nicht. Wurden die hier gefertigt? Stahlrahmen. Ähm, Carbon, Stahl. Vier für einen. Dann nehmen wir mal ein bisschen mit. Fertigen, Carbon, Stahl. Fertigen, 25. So, dann hatte ich doch gesagt, Fallenkiste da. Pflanzenfresser. Da muss ich mal kurz schauen, was ich da brauchte. Fangmenü. Kopfsalat oder Kumin. Kopfsalat. Okay, haben wir Kopfsalat. Kisten. Hm. Wenn das nicht mal Kopfsalat ist. Erstmal alles einsortieren. Jawohl. So. Dann schauen wir mal, ob wir zufällig so ein Lama bekommen können. Fangmenü. Fangmenü E. Kopfsalat. Fallenkiste. Platz. Jan. Ach, das Kumin brauche ich auch. Verdammt. Okay. Dann laufen wir schnell mal zur Oma. Mal schauen, ob die schon offen hat. Oh, hier ist Emily. Hallo. Oh, dein Weizen steht da gut. Unterhalten. Ich liebe Danny's Farm. Es ist so voll von Leben. Ich kann ein hele Tag, die Wälder und mit den Wäldern spüren. Ja. Okay. Wir gehen mal weiter. Hm. Mal schauen, ob die Oma schon offen hat. Kumin. Bauernladen. Kumin. Ja, bitte. Ich kaufe mal zwei Stück. Da, 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 da. Dann muss ich zusehen. Oh. Was lauft ihr hier? Runden. Hi. Unterhalten. Jan sollte so stark als ich sein. Mars. Goodbye. Sam. Ich kenne ihn Captain Arlo. Bye. Tap, 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 tap. So. Fang. Menü. Wir haben alles. Platzieren. Erfolgreich. Ein Gesetzfehler. Geigen, es wurde aus, um das Tier anzulocken. Nur während des Countdowns, aber das ist hier gezähmt. Okay, platzieren. Ich hätte gern ein buntes Lama. So. Dann geht es jetzt erstmal an die Arbeit. Schauen wir mal. Oh, hier ist Nora. Hallo, Nora. Unterhalt. Moment, Moment. Hatte ich nicht irgendeine Mission, die ich nicht abgeben konnte? Roboter? Oh, das Lara-Modell muss ich auch noch bauen. Wie viel Zeit hatte ich da? Gab es keine Beschränkung. Stahlträger für die Brücke brauche ich grad. Handwerksgilde. Anthony ist mal wieder da. Hi. Hallo. Äh, es ist die Saison von Sadness. Wow, wow, wow. Alle Leute sagen, schöne Leute leben ein hartes Leben. Ich muss nur länger leben leben. So. So. Schauen wir mal, was es gibt. Portia Brücke gibt es noch einmal. Hier hätten wir 15 Holzkohle für 50 Gold, das ist echt ein bisschen wenig. Ich brauche Asteria Topf für 600, puh. Gestärktes Glas. Moment, gestärktes Glas müsste ich sogar noch haben. Gestärktes Glas. Werden wir annehmen. Das können wir auch direkt abgeben. So, dann wandern wir mal hier überall noch lang. Hi. Unterhalb. Ja, der tanzende Roboter. So. Keine Ahnung. Hey. Ich dachte, du könntest... See you. So. Oh. Eck. Eck, bleib stehen. Hey. Es gab so viele AIs, die rundherum waren. Es ist ein bisschen unendlich. See you. Jetzt geht es aber weiter. Ock läuft hier. Spazieren. Bleib stehen. Hallo. Du läufst viel. Du sollst... Bye. Hallo. Hey. Spaghetti mit scharfer Soße. Goodbye. Remington habe ich verpasst. Scraps. Rosso. Hey. Ja? Ich bin in eine Hürde. Goodbye. Einfach mit allen Reden, die wir hier treffen. Zumindest einmal am Tag. Einfach. Each flower has its own language. Bye. Blumen. Irgendwas. Hello. My store is my pride and... See you. Hey. Mars sing in the shower. He's not very... Goodbye. So. Mars sing in the shower. He's not very... Goodbye. Hello. Hi. Wow. Okay. Zauberwürfel bekommen. Unterhalten. Ah. Wobei, komm. Wir haben... Did you discover something new? Ja, gibts... Ja, gibts... Ja, gibts... Ja, ich hab noch ein paar. 50% schneller. So. Okay. Merlin. So. Was hatten wir jetzt bekommen? Ich hatte einen Zauberwürfel. Zauberwürfel bekommen. Zauberwürfel. Kritische Trefferchance. 5%. Na gut. Hopp. Hier raus. Da fahren wir diesmal mit dem TÜV TÜV. zur Haltestelle vor unserem Haus. Na? Geh doch. So. So. Klein wenig Holz einsammeln. Sprung. Einmal Eisenholz. Diele. Kapon, Stahl. Fertigen. Bestätigen. Schweißdraht. Wo bekam ich den denn her? Fallenkiste. Fallenkiste. Luper. Schweißdraht. Das muss ja dann schon hier sein. Oh. 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 Schweißdraht. Stahlrahmen. Das ist jetzt ungünstig. Schweißdraht. Wir bauen mal eins, tanken hier mal noch auf. Einschweißdrähte. Schweißstab. Schweißstab. Fertigen. Ja. 50. So. Gut. Dann fangen wir mal an. Bronze Rohr. Stahlrahmen, Stahlrahmen, Bronze Rohr. Dann brauche ich nochmal vier. Stahlrahmen brauche ich auch vier. Gut, das dauert ein bisschen. Gucken wir mal. Auf Beute warten. Sammeln wir hier mal ein bisschen was ein. Was habe ich noch für Aufträge? Da hinten glitzert es. Alle möglichen Sachen sammeln. Dalo hatten wir schon geredet. Remington fehlt uns noch. Regen. Wir gehen mal kurz zur Zeitung rein. Da ist Mai. Hallo. Hallo. Unterhalten. Roten Tee, keine Ahnung. Halt. 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 Was hatten wir? Mietze Katze Mau 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 So, gehen wir mal Isaac Gegen dich verliere ich immer bei dem Minispiel Wir besuchen Chincha Falls sie da ist Oh Hier ist ja mal richtig Betrieb Hey Ich habe gerade zu Ende ein Buch genannt, das heißt My Way Home Es war so gut So, gehe Ich habe gerade zu Ende ein Buch genannt, das heißt Russo Ja Ich habe mit dir schon geredet Okay Kyokyo So Und jetzt Gehe Appetit Oh Der will gebratenen Reis auf Lachs Okay Wir gehen wieder So So Und damit beenden wir erstmal diese Folge Tschüss, ciao, bye, bye So